Servus Freunde und recht herzlich willkommen. Im heutigen Video geht es mal nicht um Schubrohre. Naja, zumindest nicht direkt um Schubrohre. Schubrohr hat schon was damit zu tun. Aber es geht um dieses Ding hier hinten. Das ist eine Schubvektoreinheit. Damit kann man den Schubstrahl eines Jets umlenken. Nicht nur links rechts, sondern auch rauf und runter. Das habe ich jetzt hier gerade gesperrt, weil für meine Messungen war das nicht nützlich. Davon gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Bauarten. Es gibt die einfachere Bauart. Das ist ein Rohr, welches sich im Innern des Schubrohres oder zumindest da, wo das Schubrohr gerade zu Ende ist, befindet und dann bewegt wird, um den Schubstrahl abzulenken. Das hat naturgemäß den Nachteil, da der Schubstrahl komplett auf dieses Rohr trifft, dass das natürlich auch, selbst wenn der Vektor auf geradeaus steht, für einen Schubverlust sorgt. Die Firma Frank-Turbine baut diese Schubvektoren etwas anders. Und zwar nennen die das einen Außenvektor. Das ist naturgemäß ein kleines bisschen größer als ein Vektorrohr, was sich im Schubrohr befindet, hat aber einen gewaltigen Vorteil. Das Schubrohr übrigens endet an dieser Stelle und der Durchlass hier von der Schubvektordüse ist genauso groß wie der vom Schubrohr. Das heißt, die Schubverluste sind hier minimal. Natürlich sind sie vorhanden, denn wie wir aus einem anderen Video, was ich gemacht habe, schon gesehen haben, nach Verlassen des Schubrohrs weitet sich der Schubstrahl auf. Und wenn Schubrohr und Düse den gleichen Durchmesser hier hinten haben, dann muss der Schubstrahl hier innen an der Wandung anliegen. Das kostet auch ganz geringfügig etwas Schub. Ist aber nicht so schlimm, wie stark das ist. Das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ich habe beide Aufnahmen, also mit Vektoreinheit und ohne Vektoreinheit, die gemessenen Schubkräfte direkt nebeneinander gestellt. Dadurch kann man das recht gut sehen, wie stark der Schubverlust ist. Wie wir gesehen haben, das waren etwa 5 bis 6 Newton. Das ist jetzt nicht übertrieben viel. Aber könnte man das nicht auf Null bringen? Könnte man diese Düse nicht so groß machen, dass der sich aufweitende Schubstrahl dort gar nicht mehr anliegt, wenn die Düse gerade ist? Also hier die Schubvektordüse. Klar könnte man das. Ist das sinnvoll? Ich denke nein. Aus folgendem Grund. Unser Schubstrahl bei dieser Schubvektordüse liegt hier innen leicht an. Okay, hat uns 5 bis 6 Newton Schubverlust gebracht. Aber wenn der Kreisel und oder der Pilot beim Hovern eines Jets ganz kleine Korrekturen mit der Düse macht, mit der Vektoreinheit, dann werden die auch sofort umgesetzt. Weil hier liegt Strömung an, an dem Trichter, an der Schubvektoreinheit und der Jet reagiert auf kleinste Bewegungen. Mache ich die Düse größer, sodass in der Mittelstellung gar nichts dort anliegt, habe ich zwar keinen Schubverlust, aber auf feine Korrekturen der Düse reagiert der Jet aber auch nicht. Das wäre jetzt, wenn der Pilot ohne Kreisel den Jet hovern würde, was ich mir nicht vorstellen kann, dass das jemand macht. Wäre das fast noch egal, weil der Pilot sieht das, da kommt nichts, steuert mehr, alles gut. Aber so ein armer Kreisel ist damit völlig überfordert. Passiert Folgendes. Der Jet liegt nicht ganz genau so, wie der Kreisel es gerne hätte. Also wird der Kreisel eine ganz kleine Korrektur vornehmen. Da passiert aber nichts, weil eben der Strahl hier innen noch nicht anliegt. Dann läuft der I-Anteil des Regelalgorithmuses in dem Kreisel langsam hoch. Das heißt, der Ausschlag wird immer größer. Irgendwann liegt dann die Strömung an und es kommt zu einer Reaktion. Der Kreisel hat damit aber jetzt Probleme. Es kommt jetzt eine Reaktion, mit der er eigentlich schon gar nicht mehr rechnet. Der Jet bewegt sich zu der Seite. Der Kreisel nimmt seine kleine Korrektur wieder zurück. Der Jet liegt jetzt aber schon viel zu schief. Jetzt läuft der I-Anteil zur anderen Seite rüber, korrigiert das dann auch irgendwie wieder. Dann fängt dieser Jet hinten an zu wackeln. Das gibt so ein leichtes Eiern. Das passiert immer dann, wenn diese kleinen Korrekturen nicht durchkommen. Das ist beim Modellhubschrauber übrigens genauso, wenn die Anlenkung zum Heckrotor ein kleines bisschen klemmt. Dann kann nämlich das zwar sehr schnelle Heckrotorservo, aber nicht sehr kräftige Heckrotorservo, zwar eine kleine Bewegung machen wollen, kann sie aber nicht umsetzen, weil das Gestänger leicht schwergängig ist. Der I-Anteil läuft hoch, irgendwann reicht die Kraft am Servo und das Gestänge macht einen Ruck. Und da hat man das gleiche Phänomen, das Heck am Hubschrauber ist dauernd am Pendeln. Liegt nahezu immer zu über 90 Prozent einfach an einem zu schwergängigen Gestänge. Oder bei unserer Schubvektoreinheit da dran, dass die Vektoreinheit in der Mitte keine Wirkung hat. So gesehen ist dieser Kompromiss hier perfekt, denke ich zumindest. Es liegt Leichtströmung an, die Vektoreinheit reagiert perfekt auf kleinste Bewegungen. Damit ist ein Steuern des Jets, Hoovern des Jets, perfekt möglich. Schauen wir uns doch jetzt einfach mal an, wie viel Kraft denn so ein Schubvektor ausübt. Denn das war eigentlich das, was mich hier an diesem Schubvektor oder an der Untersuchung eines Schubvektors interessiert hat. Wie viel, okay, eine Messung, das ist so ein Nebenprodukt. Ich habe weiterhin die Kraft längs des Schubrohrs gemessen. Die nimmt natürlich ab, wenn der Schubvektor zur Seite auslenkt. Gleichzeitig, Schubstrahl geht hier zur Seite weg, nimmt natürlich die Kraft zu, mit der das Rohr in diesem Falle zu mir gedrückt wird. Der Gesamtschub abzüglich Verluste ist dann gleich, wenn man diese Kraft und diese Kraft vektoriell addieren würde. Das ergibt dann hier so eine schräg verlaufende Kraftlinie. Interessiert aber nicht so sehr. Was mich interessiert, ist die Kraft, die auf den Jet ausgeübt wird. Das war mal hochinteressant rauszukriegen, wie stark ist denn diese Kraft eigentlich, die das Heck vom Jet wegdrückt. Ich habe das genau ausgegeben in zwei Positionen. Bei Vollausschlag, das sind etwa 18 Grad und einmal bei 9 Grad. Habe aber auch alle Zwischenstellungen mal durchgefahren. Die kann man dann also schön im Video, was wir uns gleich anschauen, sehen, wie stark da diese seitliche Kraft ist. Und was mich noch wesentlich mehr interessiert hat, und euch unter Umständen auch, wie viel Kraft brauche ich denn am Servo, um diese Vektoreinheit zu verstellen. Das ist ja gar nicht so ohne, denn wenn ich jetzt hier so voll ausgelenkten Schubvektor habe, dann bläst das Schubrohr ja hier hinten auf die von euch abgewandte Seite von dem Schubvektor. Das heißt, der möchte den Schubvektor ja eigentlich gerade drücken. Das Servo möchte ihn aber auf der anderen Seite halten. Hochinteressante Sache, wie misst man denn das? Da habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht. Das ist alles Käse. Also hier noch mit irgendwie einer Federwaage dazwischen. Ja, da kam ich auf D-Tex-Servos. Da ist eins. Das macht 220 Newton Zentimeter, war also für meinen Zweck hier perfekt. Was unterscheidet so ein D-Tex-Servo von einem normalen Servo? Nun, das D-Tex-Servo kann Telemetriedaten übermitteln, und zwar vom Servo über das Servokabel durch den Empfänger zurück zum Sender. Super. Das kann eine ganze Menge Telemetriedaten übermitteln, zum Beispiel Innentemperatur im Servo, Spannung am Servo, Strom am Servo, Drehwinkel des Servoabtriebs solche Dinge halt. Und es kann mir eine Prozentangabe geben über die Kraft, die gerade das Servo aufbringen muss, um diese Position zu halten. Ich habe das sicherheitshalber Korrektur gemessen. Passt aber. Das heißt, bei 100 Prozent liegen an dem Servo tatsächlich ein Drehmoment von 220 Newton Zentimeter an. Geile Sache. Dafür habe ich das D-Tex-Servo hier verwendet, um rauszukriegen, wie stark muss das Servo arbeiten, wie viel Kraft muss es aufwenden, um den Vektor auf bestimmte Positionen zu bringen. Auch da habe ich mich auf zwei Positionen beschränkt, und zwar einmal Vollausschlag und einmal halben Ausschlag und habe jeweils die Kräfte schon direkt umgerechnet in Newton Zentimeter, weil er ist ja abhängig vom Hebelarm, ist abhängig, wie stark ist das Servo, ist es abhängig davon, wie groß ist der Weg, den ich mit dem Servo mache. Denn wenn ich einen sehr langen Hebel dran mache und nur einen ganz kleinen Weg für plus minus 100 Prozent im Sender, dann brauche ich eine wesentlich höhere Kraft, als wenn ich einen angepassten Hebelarm verwende, der dann bei halbem Ausschlag, ich messe ja nur eine halbe Seite bei der Bewegung, auch tatsächlich auf seine 60 Grad, also in dem Falle plus oder minus 100 Prozent im Sender kommt. Habe ich dann eingeblendet. Apropos eingeblendet. Ich denke, das schauen wir uns jetzt erst mal an. Ist hochinteressant. Die Winkel habe ich übrigens auch eingeblendet. Hier habe ich ein virtuelles, ein virtuelles, ein virtuellen Winkelmesser videotechnisch draufgelegt, genau auf den Drehpunkt von dem Schubvektor. Und hier einen kleinen gelben Punkt, sodass man sehen kann, mit wie viel Grad der gerade ausgelenkt wird. Lange Rede, kurzer Sinn, wir gucken. Kurz. 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 sections.望. Ils. Fel Tats Йosten. weight.irect Gegente keen. Ja, erstaunlich viel. 50 Newton. Oder 51. 51 Newton, die hier zu mir rüber drücken, wenn die Vektoreinheit komplett ausgelenkt ist. 18 Grad ist übrigens das Maximum. Da liegt hier der Anlenkhebel fast am Gehäuse an. Man könnte vielleicht 20 Grad rauskitzeln, wenn man ihn wirklich bis zum Anschlag da reinreißt. Aber das war jetzt hier ein sinnvoller Winkel, um das Gestänge hier nicht zu sehr auszulenken. Also das funktioniert schon. Die angegebenen Servokräfte mit 100 Newton Zentimeter bei Vollauslenkung sind auch nicht gerade wenig. Aber ist ja auch klar, wenn so eine Schubdüse komplett ausgelenkt ist und der Schubstrahl hier innen in diese Schubvektordüse hier auf der Rückseite dagegen drückt, dann will die natürlich wieder in gerade zurück. Also da braucht es dann schon ein bisschen Kraft. Aber ich denke, man kann da eine kleine Faustformel ableiten. Habe ich eine kleine Turbine, sagen wir mal 100 Newton Zentimeter, 100 Newton Schub, dann würde ich nach meiner Faustformel empfehlen, ein 100 Newton Zentimeter Servo zu benutzen. Bei dieser 160 Newton Turbine würde das dann ein 160 Newton Zentimeter Servo sein. Wir haben 100 Newton Zentimeter als Maximum hier gemessen. Bei der Empfehlung eine 160 Newton Zentimeter Turbine, ja, 160 Newton Zentimeter Servo zu benutzen, liegen wir mit Sicherheit auf der richtigen Seite und auch auf der sicheren Seite. Wir haben also genug Kraftüberschuss. Bei einer 250 Newton Zentimeter Turbine wäre meine Empfehlung dann ein 250 Newton Zentimeter Servo. Also immer Kraft der Turbine gleich Kraft mal Zentimeter für Servo. Damit ist man auf alle Fälle auf der sicheren Seite und man muss nicht großartig raten, was baue ich da für ein Servo ein. Naja, nehme ich lieber ein 450 Newton Zentimeter Servo. Klar, hat das keine Probleme mit der Vektoreinheit, aber es wiegt natürlich auch unnötig viel. Und meistens sind diese Servos hinten am Jet und das ist nicht gut. Also ich denke, diese Faustformel kann man gut verwenden. Die wird funktionieren und man ist auf der sicheren Seite und hat Reserve. Musst also nicht noch eine Reserve reinrechnen. In diesem Sinne, wir sind wieder am Ende des Videos angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Und vielleicht sieht man sich ja bei einem der nächsten Videos, sei es ein Quickie mit Ingmar oder wieder ein großes Video. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.